Ich dachte eigentlich, dass es dem Turm immer bergauf geht und nicht bergab. Weil der auch so hoch war. Noch mehr Arschlöcher. Unsere Pläne fielen auseinander und so auch unsere Welt. Spannende Musik Untertitelung des ZDF, 2020 Davon habe ich maximal Ach, da und sind lauter Zombies Ja, es tut alles weh, wir wissen das Es muss weh tun Geh weg Ich wollte nur das Ding jetzt zerstören Oh, ich will dich da nicht Ich muss noch gucken, wo der dritte Strang hinführt Ach, scheiße Da war's Dieses Loch ist das Ziel Und ich weiß, man hätte auch An der Wand wohl lang gehen können Oder ich muss, glaube ich Wirklich mit den Kletterdingern Ach nee, ich schaff's auch so Oh nein Weißt du, was kommt? So Drehviecher Come here Mach kaputt Oh, die Blase ist direkt kaputt gegangen hier hinter Ich durfte nicht mehr manuell töten Talim Goron im Chat Wir werden deinen weiteren Krankheitsverlauf erfolgen Ich hoffe einfach, dass es erträglicher wird Mit der Zeit Klar, es dauert lange Oh Mein Experiment ist fertig Für die nächste Forschungsstufe Ist natürlich Total unpraktisch gerade Ich glaube, die klebt noch aus Versehen Nur zusammen an der Seite Na, scheiße, ey Ich hoffe, die HP reicht jetzt noch Du kannst alles mitschleppen, ey Aber kein Medipack Wir expandierten und waren ein Krebsgeschwür Danach sieht die Welt gar nicht aus Mit den Tieren hier Hatten die auf jeden Fall viel Humor Au Ich glaube, so langsam hat das Wesen kapiert Dass ich es töte Oh, ich werde wirklich von den Dinger beschossen Gezielt Danke Danke Respekt Schelle Oh, nein So ein Kackfrosch Oh, nein Oh, nein Oh, nein Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ach, ich sehe ihn. Der hat Stein hinten bei sich drauf. Nein, 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 nein! Nein, nein, nein! Nein, 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 nein! Nein, nein, nein! Nein, nein, nein! Jetzt bin ich tot! Scheiße! Hä? Hä? Warum taue ich denn hier auf? Ich dachte, ich komme jetzt zurück wenigstens in meine Basis. Komm her, du scheiß Frosch! Oh, hört auf mich anzuschießen! Na komm, mach die Schnauze auf! Danke! Danke! Bitch, slap! Bitch, slap! Tschüss! Sag, mach den. geography die Schnauze auf! Nicht so, ein Mensch! Ich kenne dich nicht zurück! Ich kenne mich nicht. Dann folgt es. Die Schnauze! Dann schnauze ich euch! Ich rufe! Ich rufe! Ich rufe! Dann schnauze ich Euch! Was ist das? Was war hier drin? Nix. Was ist das? Was ist der letzte Strang hin? Ach, dahinter ist was zum Stampfen. Hab ich dich. Ekel Vieh. Ow. 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 Einfach gehen lassen, bitte. Teratomus Zuflucht Du bist ja ekelhaft Und ich bin direkt fast gestorben Erinnert mich ein bisschen an Slimer Von den Ghostbusters früher Meine Güte Ein Hoch auf die Designer von den Monstern Und ich bin direkt in Betten Ich kann gar nicht gucken. Aber es scheint so, als wenn ich seine, äh... Als wenn ich sein Pickel-Entferner bin. Was soll das denn? Soll ich in den reingehen, oder was? Soll ich in den reingehen? Soll ich in den reingehen? Und dabei diese Entspannungsmusik, ne? Soll ich in den reingehen? Soll ich in den reingehen? Entspannungsvolle, ne? Soll es mir jetzt nicht so, wie ist der, äh... Soll ich mir nicht so, wie gehe, äh... Ich bin, wie steige, äh... Soll ich ganz gut... Oh, 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 oh! Ja. Müsst ihr nicht langsam was spüren? Jetzt. Er wollte nur spielen. Geil, die haben den Foto-Modus hier geblockt, damit du kein Foto machst von dem Vieh anscheinend, damit du den Endgegner nicht spoilern kannst, was auch immer. Ich glaube, da ist diese große Energiequelle, die wir gemessen haben. Toll. Das ist das Ende. So stört sich das jetzt eigentlich nicht erwartet. Oh mein Gott, ich komme aus einem der Arschlöcher raus. Du bist so жив? Ich habe eine Wettbewerbe mit dem A.I. auf YRG-43. Es scheint, ich habe verloren. Während wir uns aus der Beobachtung, ich habe was ich nur beschreibe, als eine Barange von Messungen von unserem CEO, concerning that Objekt you have recovered. So I have marked your mission as complete. You can now return to the Javelin and begin the journey whole if you wish. So long as it is sufficiently fueled. Ja, ja, das ist genau die Sache. Du hast zwar jetzt alle Bossgegner besiegt. Ah, andere Seite ist der Teleporter. Ähm, aber es gibt ja noch theoretisch viel zu entdecken. Ich hoffe, mal gucken, was unser CEO sagt. Ja, 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 ja.